Das Licht, Alter... Das weiß ich. Ich hab keine 20-fachen. Pettig ist einfach rein in die Scheiße. So bist du in erinnern. Was weiß ich? Pettig ist einfach rein in die Scheiße. So bist du in erinnern. Das weiß ich. Pettig ist einfach rein in die Scheiße. Ja? So bist du in erinnern. Ich hab keine 20-fachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, einer unserer Träger ist geplatzt. Du weißt, worum es mir ging, weißt du? Ja, war es Horst oder was? Was hat Talis? Ja, sag mal ab. Bestimmt hat er Input jetzt, oder? Ja, er ist im Twitch-Stream und zweitens weiß ich es nicht genau, was er hat, aber er ist sehr angeschlagen. Ich würde es dir wirklich sagen, ich hätte es jetzt schnell gewispert oder so, aber ich weiß es echt nicht. Junge, überleg doch mal, wie er sich anhört, Digga. Der hat doch locker einen Herzenfall auf den Schlaganfall. So, wen habe ich da jetzt in den Tod gebammt? Picorns, Seil und Alpha? Ich weiß, dass er handwerklich tätig ist, also ist er vermutlich nicht übergewichtig. Oder vielleicht ist er das gerade deswegen. Was? Das ergibt keinen Sinn. Doch, das ergibt Sinn. Bauarbeiter sind auch voll die Kugeln. Alles raus drin. Vor allem ist es dann, wenn sie im Asphaltbereich arbeiten, weil da müssen sie nämlich immer schön rüberrollen. Boah, Digi, das ist ja echt Schiedsfehl. Wir müssen zum Moped zurück. Wieso haben eigentlich alle Moderatoren voll 15er Schiffe? Weil voll 16 noch nicht machbar ist. Ja, aber Talis ist voll 15, Gamma ist voll 15, Base-Taxi war voll 15, oh, äh, ja, okay. Du darfst erst Base-Taxi. Ja, jetzt darf ich aber nicht den anderen Mod-Namen sagen, sonst würde ich ja seine Identität legen. Ja, und was mit hier, Xay, aka Kopernikus, der Huhn-Undon? Eigert es viel, es fehlt nur noch das Fricka, russischer Admin-West. Und dann muss es solche Kämpfe geben, deutsches Mod-Team gegen englisches und richtig Wicker. Oh, fuck. Warum gibt es nicht so ein Event, Mods gegen Players? Also, das gab es ja schon mal, irgendwie damals auf Peacon oder so. Ja, da müssen wir jetzt einfach nur auf Blauwenks und Zul jagen. Wieso, ey? Ich hab doch einen Blauwen-Account. Ich wechsle auf Blauwen. Ich hab auch nichts dagegen, wenn wir Blau spielen, Leute. Ich will hier. Soll haben wir auch diese Sache dazu erwähnen, sonst ist der ganz schnell blockt. Fuck, 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 fuck. Ey, ich rede gerade davon, Blau zu zocken. Ich darf doch einen Account auf blauer Seite haben? What the fuck? Nein, Multi-Accounting ist verboten. Du darfst nicht mit zwei Accounts... Nein, du darfst mit zwei Accounts... Doch, Alter, du darfst nicht mit zwei Accounts... Hallo, ich bin moderat. Ich hab keinen Schwachsinn, du weißt jetzt selber, du darfst 20 Accounts auf jeder Seite haben, du darfst mit einem jeweils zeitgleich eingeloggt sein. Das heißt, ich darf pushen. Du darfst mit diesen Accounts nicht zeitgleich on sein. Das geht doch nur, wenn du pushen willst. Das ist verboten, Digi. Verstehst du? Du kannst 100 Accounts auf jeder Seite machen. Scheißegal, solange du es bezahlst. Du meinst, also auf jeden Fall, werde ich dir da jetzt nicht widersprechen. Ja, guck mal, du kannst doch am Anfang... Guck mal, Digi, du kannst doch am Anfang auswählen. Kennst du für Libran, kennst du für Virgon, kennst du für das. Wenn du überall ein Account machst, passt auf ein Account, acht verschiedene, ne, du weißt schon, oder was weiß ich. Es haben am letzten Liner-Turnier nur 21 Spieler teilgenommen. Ja, ich hatte keine Zeit. Das Spiel ist tot. Also dafür, dass das Spiel tot ist, muss ich hier ganz schön viel ran, jetzt gerade. Ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Natürlich nimmt die Spielerzahl ab. Aber was erwartest du beim Spiel, wo kein neuer Content nachgeliefert wird? Das liegt ja nicht gerade erst seit gestern am Tisch. Wir haben erklärt, was im Argen liegt. Die Erklärung zum Beispiel, ne, 24 Millionen Q-Bit Liner versus 100.000 Euro Glaive. Ach, 100.000 Euro Glaive. Junge, Ship-Abilities noch zwei Cast einfach nur. Auto-Fail, weißt du, das ganze Schiff komplett useless. Und die erzähl mir was von Gämlicher eigentlich. Das Problem ist, die Check-In-Verschein. Ja, Sul, wieso machst du die, diese eine Waffe von dem Typ? Was? Silence Dead lockte sich in Lobby ein. Silence Dead hat die Verbindung getrennt. Hm. Er hat dir ein paar Euro gesehen, gesagt, kein Bock. Hm. Ich glaube, der hat eher auf mich kein Bock. Aber ist mir auch scheißegal. Faro, komm mal zu uns, dass wir mal das gleiche Bild jetzt hier laufen. Ja, ist ja alles was zu uns und. Ja, kannst du ja trotzdem mal uns rumfliegen, wenn du ja gut bist. Herr Prydy, ich will jetzt echt kurz Kippe rauchen. Ich fang gleich gerne noch ein bisschen versüßt an. Du, ich hab kein Bock zu spielen, ehrlich gesagt. Ja, ich will eigentlich auch nur cool aussehen und irgendwas cooles machen. Nein, also spielen ist so hin und fliegen, dann dort irgendwelche Leute rausschießen, dann von dem beleidigt werden, und dann geht man offline und kommt den nächsten Tag wieder rein und macht das gleiche so. Ein tägliche Grüße aus Mo mit dir. Genau deswegen... Er wurde das nicht eben angesprochen mit denselben Konten. Läuft der Livestream eigentlich immer noch? Ja. What the fuck? Warum? Ich denke, wir sind hier unter Freunden und ich kann vertrauliche Sachen so ausdrücken. Oder Cross, ist an oder aus? An. Ja, also. Oh man, Bludgeon, wieso musst du uns so nerven, ey? Und zwar so hinterhältig, ne? Der kommt nicht zu uns und redet mit uns, nee. Ich guck mir den Stream heute Abend nochmal in Ruhe an und wie ich mich selber feier. So, bitte mal raus! Jo, hau rein, bis nachher vielleicht. Tschö, tschö! Na ja, die vielen. Ich bin langsam Zeit, mal ne Runde Left 4 Dead zu spielen. Das können wir auch machen. Aber eine Runde mach ich hier noch. Ja, mach in Ruhe, Digga. Wie gesagt, ich will es mal rufen. Alter, dann fress dich doch jetzt ab. Ja, zock, Rude. Ich bin wirklich platt. Wie gesagt, weißt du noch letztes Mal, wo ich zwei Tage durchgemacht hab? Left 4 Dead Rage Trip. Äh, direkt vorm Träger gespawnt, Junge. Danach kaputt, äh, Xbox Controller. Brauch ich nicht nochmal, ich hab gerade erst mal reingeholt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so aggressiv sein könntest. Ich hab noch nie im Leben so was gemacht, aber der hatte einen scheiß Wattelkontakt. Ich bin ausgerastet. Das Ding rausgekommt. Meine Wand schwarz, wo immer der unten eine Delle ist in der Wand. Na ja, passt. Was? Die Welle hat, die Wand hat eine Delle. Also ich bin jetzt im Raster gespawnt, und jetzt esse ich Cornflakes mit Cola, Digga. Oh Gott. Das war ein Spaß. Oh, ich hab den türkischen Team Leader gerade gesehen im Spiel. Toll. Was hat er gesagt? Napius in Muruk. Eigentlich muss man interzepten, an wem das rausgeht. Interesse. Interzepten, Digga. Ja, Traffic abfangen. So. Muss eigentlich jeder was machen. Alle tot oder was? Okay, Kali. Der Blackfighter-Junge. Voll der rassische Name. Kämpft er jetzt gegen Schwarze oder für Schwarze? Alter, Bigpoint hat so viele Spiele. Ja, lass mal Farmerama Livestream. Da kriegst du bestimmt zu 300.000 Viewer. Aquarama, alles klar. Dark Orbit, Deep Police, Devil Fight, die Kreuzflüge online, alles klar. Passt ab, ja. Ja, Kreuzflüge online auch. Gibt's das Spiel wirklich? Keine Ahnung. Farmer, Farmer. Dumb, dum, 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 dum. Dumb, dum, 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 dum dum dum. Weißt du, warum die Zylos? Die Zyloträger diesen Speed Plus Computer drin haben, damit wir schneller reinfliegen können. Weißt du, warum die Kolosses haben? Damit sie schneller abhauen können. Wie geil ist das denn? Ninsa ist auch hier, Junge. Weg machen. Komm mal ran jetzt, Panic. Ja, du warst doch gerade ab. Gut. Bravo, Junge. Mein Sohnemann kriegt gerade gleich schon voll interessiert. Ich habe gerade über einen großen Monitor laufen. Weißt du? Ein Live. Auf weiter Seite hat man voll hypnotisiert. Ja, sag nur voll, Mann. Die stirbt gleich sowieso irgendjemand. Aber ich schub sie mal vor da irgendein Morgen. Da ist schon einer gestorben. Das ist jetzt. Ein Hammer ist ja dann. Und da ist es. Das wäre jetzt. Ein Hammer ist ja dann. wir haben quasi werden ich habe das gekriegt ja ja ich bin jetzt hier BGO-Stream Wie hörst du? Ja, du... Das ist toll, ist es nicht? Wir werden diese Sachen auf YouTube uploaden. So, ja, ich weiß nicht. See you soon in a different game. Bye bye.